So, zwei Jahre TR, da hat meine Tochter mich gebeten, mit ihr doch nochmal ein Duett zu singen. Und da dieses Thema leider immer noch aktuell ist und immer aktuell sein wird, haben wir uns gedacht, wir singen mal dieses Lied. Keiner will sterben, das ist doch klar, wozu sind denn dann Kriege da? Herr Präsident, du bist doch einer von diesen Herren, du musst das doch wissen, kannst du mir das mal erklären? Keine Mutter will ihre Kinder verlieren und keine Frau ihren Mann. Also warum müssen Soldaten losmarschieren, um Menschen zu ermorden? Mach mir das mal klar, wozu sind Kriege da? Herr Präsident, ich bin jetzt zehn Jahre alt und ich fürchte mich in diesem Atomraketenwald. Wofür wird mein Leben aufs Spiel gesetzt? Sie laden die Gewehre und bringen sich gegenseitig um. Sie stehen sich gegenüber, man könnten Freunde sein. Doch bevor sie sich kennenlernen, schießen sie sich tot. Ich find das so bekloppt, warum muss das so sein? Habt ihr alle Milliarden Menschen überall auf der Welt gefragt, ob sie das so wollen oder geht's da auch um Geld? Für Geld für die wenigen Bonzen, die die Panzer und Raketen bauen und dann Gold und Brillanten kaufen für ihre eleganten Frauen? Oder geht's da nebenbei auch um so religiösen Zwist, Dass man sich nicht einig wird, welcher Gott nun der wahre ist? Oder was gibt's denn noch für Gründe, die ich genauso bescheuert find? Naja, vielleicht kann ich's noch nicht verstehen, wozu Kriege nötig sind. Ich bin ja noch ein Kind. Ich bin ja noch ein Kind.